hallo und herzlich willkommen aus unserem youtube kanal wir haben heute mal ein video vor wo wir euch zeigen können wie man eigentlich die einheiten unterscheiden kann wenn man zum beispiel mehrere vom gleichen typ spielt ich meine wer kennt es nicht man spielt einen trupp öfter weil er einen gefällt und man spielt ihn gleich wie zum beispiel ich nehme jetzt mal das beispiel die b2 superkampf trünen ich habe ja der trupp besteht aus drei modellen ungefähr so dann sage ich okay ich möchte jetzt noch das einzelne modell hinzufügen mit der aufwertungskarte und dann spiele ich noch ein spezial modell da bin ich bei fünf mir gefällt die konstellation beziehungsweise zusammenreihung der einheiten so gut dass ich jetzt noch zwei weitere trupps genauso spielen möchte wie diesen trupp aber jedes mal muss ich am spielfeld dann diese token die mitgeliefert werden mit den zahlen drauf neben die einheiten hinlegen dann muss ich das auf die karte legen und ich muss das immer mitziehen es nervt einfach irgendwann und einfach weil es schneller geht haben wir uns da überlegt dass wir eine spezielle lösung dafür haben und zwar haben wir wie ihr sehen könnt bei jeder einzelnen miniatur also beim chef nur die base in einer anderen farbe gestaltet und zwar hier einmal in gelb in rot und einmal haben wir sie normal gelassen und diese farben haben wir dann auf die karten übertragen und zwar haben wir hier einmal die ganzen dazugehörigen karten so haben wir hier einmal die normale karte die jetzt dann zu der unbehandelten miniatur gehört also den trupp ganz links in dem fall dann haben wir hier einen roten strich rein gemacht der soll dann zeigen dass es sich hierbei um den chef mit der roten base handelt und seinen trupp und dann haben wir noch das gleiche hier in gelb das soll dann zeigen dass die einheit zum gelben trupp gehört also die karte zum gelben trupp hinzugehört es ist für mich persönlich viel einfacher dass ich meine einheiten so auseinander halten kann vor allem auch weil ja die b2 als beispiel zwei leben haben pro miniatur und da kann man den den schaden leichter tracken und man sieht auch wo was fehlt und was auch immer vor allem auch bei der aktivierung ist es einfacher um zu wissen wer wie ausgerüstet ist und was noch da ist und sowas das gleiche habe ich auch mit meinen b1 truppen gemacht da ich meine miniaturen alle im gleichen stil bemalen wollte habe ich mir halt gedacht dass ich mir also musste ich mir etwas anders einfallen lassen weil ich ja nicht die miniatur selbst irgendwo bemalen wollte also habe ich das hier genauso gemacht als beispiel für zum beispiel die imperialen sturmtruppen die haben ja schulterpanzer hier oben die etwas wegstehen vom chef da könnt ihr es auch so machen dass sie sagt ihr bemalt diese schulterpanzer einer bestimmten farbe da könnt ihr sie dann auch wieder zu ordnen da macht ihr einfach wieder irgendwo ein fleck rein wie zum beispiel hier der gelbe nein das ist die falsche karte die karte ist das zum beispiel beim gelben ist dann die gelbe farbe dabei und man kann es dann wieder auseinander halten bei den rebellen weiß ich es nicht wie es da abläuft da ich diese modelle nicht habe aber da können gibt es zum beispiel jacken die ihr in verschiedenen tönen bemalen können zum beispiel könnt ihr sagen der blaue trupp den den gebe ich eine blaue jacke dann die gelbe trupp der kriegt eine gelbfarbene jacke und so weiter und so fort hauptsache könnt ihr auseinander schalten auseinander halten das spart einfach beim spielen mir persönlich spart es einfach viel zeit ihr könnt natürlich auch die wundmarker also die wundmarker immer wieder mitnehmen wir nutzen zum beispiel dafür auch würfel aber ich glaube das zeigen wir euch in einem anderen video wir wollten jetzt nur mal hier mitteilen wie man also wie wir unsere einheiten organisieren so dass wir sie auseinander halten können ich hoffe das kleine video hilft euch wenn es euch gehilft und euch gefällt hinterlasst uns doch gerne einen kommentar schaut auf unserem instagram account vorbei link dazu findet ihr in unserer beschreibung einfach draufklicken dort posten wir regelmäßig content wie zum beispiel bilder der bemalten miniaturen information zum youtube kanal aber auch gewinnspiele werden dort abgehalten wir würden uns freuen und dann hoffe ich mal dass wir uns beim nächsten video sehen dann bis dann macht's gut servus wir sehen uns beim nächsten video